Hallo und herzlich Willkommen. Ich werde oft gefragt, Dirk, du bist doch so schlau. Was ist ein Jump Cut? Darauf antworte ich gewöhnlich, ja, ich bin so schlau. Und dann google ich, was ein Jump Cut ist. Aber damit du nicht googeln musst, erkläre ich es dir an dieser Stelle. Ein Jump Cut ist der Lieblings-Videoschnitt fast jedes YouTubers. Wenn ich mich während der Aufnahme kurz verhaspele, was nie vorkommt, oder nicht weiter weiß, was nie vorkommt, oder irgendwie gestört werde, was ständig vorkommt, dann unterbreche ich die Aufnahme exakt an dieser Stelle und setze sie auch später genau da fort. Das heißt, ich halte die Kamera nicht an, ich quatsche einfach weiter, aber bei der Nachbearbeitung, während des Videoschnitts, schneide ich dann die Störung einfach aus. Das funktioniert ganz wunderbar und fällt den meisten überhaupt nicht auf, weil ich ja praktisch an dem Setting nichts verändert habe. Ich muss lediglich darauf achten, dass meine Kleidung, meine Haartracht und was sonst noch dazu gehört, die gleiche bleibt, dass ich in der Zwischenzeit nicht tapeziert habe oder den Whisky leer getrunken und dann fällt dem durchschnittlichen YouTube-Zuschauer überhaupt nicht auf, dass es da einen Schnitt gegeben hat. Deshalb ist dir noch nicht aufgefallen, dass der Jump Cut der Lieblings-Schnitt jedes YouTubers ist. Ja, jetzt bist du wieder ein Stückchen schlauer. Wenn du noch schlauer werden willst, dann abonniere diesen Kanal, denn ich erkläre regelmäßig solche wichtigen Sachen, mit denen du dann bei deinen Freunden angeben kannst. Das war's für heute erst einmal. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss.